Ich bin zu stoff und es ist der Battle Pass Ehrenmann Und jetzt krieg ich so viele Sachen, oh mein Gott Der Hängegleiter ist da, Leute die Season ist da, ich hasse Fortnite, alles ist da Alter, der R ist da, oh mein Gott, er ist da, er ist da Ich hab ein Hängegleiter gekriegt, ja Star Wars Ich hab zwei Sachen gekriegt, Spray, Sticker Alter, ich hab einfach Team Bessiver, geil, geil, geil Und weißt du was es jetzt heißt, zocken bis der Arzt kommt Und ich hab noch ein neues Banner, das rückt jetzt mal flott aus Wo ist das Banner? Da, Mandalorian Was meinst du? Einfach Battle Pass Wie viele Vibugs hast du noch? 200 200? 300 300, achso, ja gut Kannst du auch sparen, wenn du willst Einfach sparen, dann kannst du dir bestimmt irgendwann noch was Schönes kaufen 950, 950, 950, ja 950, 950 Danke übrigens, dass du mir das gekauft hast Ja, ist ja gekauft Oder hab ich mir selber gekauft Wenn du mir das nicht geschenkt hättest, bin ich bestimmt das nächste Mal auch noch erwartet Alter, Mandalorian Hat der auch eine Spitzhacke Ja, das ist automatisch bei dem Du hast ja auch Das ist automatisch, du hast einfach noch das eine Baking ausgerüstet Du bist so gut Die Landung, ich schaue lieber mal nach Ja, ich weiß, wo der landet, ich weiß das Ich zeig dir das für eine Quest für uns alle Ich weiß, dass der da landet Mandalorian Mama, hast du mich gerufen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Okay, was ist die nächste Quest? Okay. 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 So die ja. Die hab ich auch eben gezogen. Was findest du die besten sind wo der bestes am besten war die du je gespielt hast. these season am besten. Eja bei mir auf gar keinen Fall letzte season değilim am besten. mystic am besten. Meine Gegner nicht töten ich brauch dich. Nein, wieso hast du den getötet? Okay, ich hab Props, ich bin Leveler ab. Ich hab, ich hab die Tarnung. Du kannst auch einen haben. Ich glaub, du brauchst nur einen, oder? Oh, oh, Gegner! Bringer, Dick. Oh, ich hab Splashy. Bruder, ich muss los. Ich muss los. Nee, ich bin eh tot. Ich halte kurz den Gefäßte an. Ich muss los, aber dringend los. Äh. Ich nehme ein Sturmgewehr. Ich kann nicht nur rennen. Trage ein gebogen gegangen, dann lass ich ihn fallen. 1.000, was sind diese 1.000 Quests? Das ist ein Spreißen. Ach, diese 1.000 Quests sind die... Ah, jetzt verstehe ich den Sinn und Logik von der Season. Diese 1.000 EP-Quests sind die Quests, die jeden Tag release werden, um zu leveln. Und es gibt auch bestimmt 15.000 EP-Quests. Und die kommen dann bestimmt auch jeden Tag mit denen. Jetzt verstehe ich die Logik. Ich hab die da vorne nicht verstanden, die Logik von denen. Wer hat das gesagt? Hast du Muni? Ich brauch für alles Muni. Danke, 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 danke. Da, Backel, Backel, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Tilted Towers ist wieder zurück. Aber ich lerne, glaube ich, nicht so oft in dieser Tilted Towers. Ich weiß ja nicht. Nur mir gefällt mir der Ort nicht so heftig. Müsste ich wieder einsinken lassen? Ich will auch einsinken. Tschüss. Und halt, du Gegner. In der Wasserbank hat das nicht zusammen. Was haben die? Nein! Nein! Nicht, finde ich nicht. Nicht, finde ich nicht. Die haben die Sachen, ja! Da ist mein iPhone und mein Jet-Set. Äh, ja. Das ist ging gut, oder? Die sind weit, als ich die Pupsi. Egal, ist nicht so schlimm. Das Ding ist, ich habe jetzt die Tarnung. Ich muss die direkt ausrüsten. Ich habe die Tarnung bekommen. 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 Aber ich habe jetzt die Tarnung bekommen. Oh mein Gott. und dann kriegst du nix von ihm doch am ende kriegst du noch sachen am ende da lebt 100 kriegst du noch sachen boah, das ist dieses geil chapter 2, season 5 ist so, jetzt, jetzt, jetzt chapter 2, ja Ja? Wie geht es denn so? Keine Ahnung. Wie geht es denn so? Wie geht es gut? Ok. Ja, beim Schiff oder was? Oder willst du wo hin? Beim Thief? Ich guck halt, dass ich Quests machen kann. 20.000, ja, die Idee mache ich mit. Äh, wie ich denke, ob Schriften... Ja. Ey, ich kann diese Quests... Ich kann meine... Diese eine Quests kann nicht... Wir müssen gleich mindestens eine Runde Gruppenkreis spielen, dass ich ein bisschen SP kriege. Ich glaub, vielleicht kriegst du das auch, ich weiß es nicht. Ja, du willst diesen Moses meistens nur spielen, dass du mega schnell levelst. Aber ich geh gleich wieder in Gruppenkeile. Einfach grad hier irgendwo gelandet. Ich weiß nicht, nach der Runde spiel ich etwas Gruppenkeile. Ich weiß nicht, nach der Runde spiel ich etwas Gruppenkeile. du bist Ready. Nope. Ich glaub, da Papst, wenn du ein Gott bereit hast. Ich curious, ist das Oktoberfest. Guck mich kein Lob, das Occident, sch wordt nicht geforscht. Oder nicht. Ich meine diese keine Städte. Wellets formale weg ... Hey, du wirst gejagt! Nein, nein, nein! ich werde gejagt vor einem ist das der mich jagt wirst du auch gejagt ich glaube ich weiß noch mal gejagt ja ich werde die ganze zeit gejagt ach so hier wer zur hölle jagt mich wir haben 5 minuten zeiten jetzt haben sie noch fast ja das normal ist ein schiff er bitte der holt schnell 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 gibt es eine ja da ist er ich möchte das weg weg und du hast eine sneaker sind aber auch gegner komm lass die für uns kill den mandalorian der ist tot und jetzt schießt du auch drauf sich auf ja 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 du bist echt blind oder wieso ja hier ja sonst habe ich halt nur eine normale waffen es gibt meinen jetp ich kenne die waffen schon gib mir mein jetp danke tschüss tschüss oh oh es kann sein dass das die sind die sie nicht holen wollen holen wollen nein es gibt es gibt es gibt es gibt es es gibt es wieso ist jeder schon level 15 ich brauche noch sechs und ein paar sind ja wo ist dein teampartner wie das iron man jetpack wo man auch falsch an trägt wieso kriegt man immer falsche an bei jedem buch aber wenn das wirklich wieder raus das war so kurz drin ja wie geht es ok Ja Hä wo geht, ach so ja Ja Hä wie schlecht sind die gerade Obwohl wir bewegen uns viel Bäh, ich werd nicht mehr gejagt Du wirst die Ich auch, was Ha guck mal wie gut wir sind Wie wir einfach nicht mehr Kann sein, dass die Gegner auch schon gestorben sind oder Ja Herr Lama Herr Lama ist jetzt King Kong Herr Lama ist jetzt King Kong Der ist noch da Der ist noch da Damit kann Mit dem kannst du auch handeln Will auch handeln Habe ich schon Elmiere den feindlichen Spieler Ha, ich hab ne Quest angenommen Und ich muss noch einen eliminieren Ich glaub wir sind besser Die da dritten Und jetzt steht bei ihm Du wirst gejagt Jeden die Namofin, den du findest Kann es sein Wir sind bei dir Gegner Oder tötst du den gerade? Mä Ich glaub das ist auch nur irgendwelche Kack Waffen Achso, bist du das? Ist das der Gegner? Ja Ja Ok Ok Entschuldig Entschuldig Was? Ja Wolltest du den Penner? Könntest du den Gegner die Hände an der Ahnung zeigen, oder? Ja. Aber wo ist der Durst? Ja. Aber jetzt der Gegner, der Gegner ja wird? Ja. Wie viele Zeit haben wir noch? 2 Minuten geht's. Ich weiß. Oh oh. Ach du Feier. Ist das der? Ich tu, ich jag nehm grad einen. Ich muss dich noch 2 mal heilen. Also wenn du stirbst, muss ich dich dringend heilen für ne Quest. Ey, wir haben nicht mehr so viel lang Zeit. Der versteckt bestimmt in irgendeiner Ecke bei Risky Wheels. Ja, ich seh ich schon Schritte, also. Hat ihn! Ja. Haha. Ja. Er hat nie Maut gemacht, aber ich musste ihn killen. jetzt kommt sein sauer Team-Partner. Tschüss! Tschüss! Ich lad mal Elben hier ein. Aber ich spiele jetzt kein kreativ, das kann er vergessen. Ich spiele jetzt kein kreativ, das kann er vergessen. Hallo? Bei was? Bei was? Weil er hat sich angerufen, aber ich kann ihn nicht hinzuführen. Mhm. Die Season ist cool. Ja. Jetzt diesen 5 ist da und ich werd wieder eingesunken. Hallo? Ja. Ja. Haben wir schon? Ja. Ja. Haben wir schon? Ja. Ja, der ist cool. Mandalorian ist da drin. Da ist auch noch. Wer ist da noch drin? Wie heißen die? Ich hab keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Ja. Ich stimme dich auch auf Facebook. Ich muss auf ihn verantworten. Das hört man bei mir nix im Stream. Okay, wir werden jetzt rocken. Oh mein Gott, komm, bist du siegst. Hey, ist ne... Da, Gegner, 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 Gegner. Ja. Oh, hier ist noch ne Quiz. Komm, die Quiz muss ich... So, ich muss einen eliminieren. Äh, ja. Das ist der... Ich hab die Quest. Geil. Das ist den, den ich grad für den Auftrag brauchte. Es wird ein Gegner. Es wird... Ein Gegner. Komm, bitte, wir müssen den Sieg holen. Heil dich voll, bis der Arzt kommt. Hier, Mad Kids. Bitte, komm, komm, wir holen jetzt den Sieg. Er ist mir noch Stumm... Äh, ein Stumm. Ja, gut. Ja. Oh mein Gott, wir haben Sieg geholt. Let's go in Season 5. Keine Ahnung, wie der aussieht. Das werden wir jetzt sehen. Wie geh... Ich geh lobby. Mit Mandalorian. Ja. Also, die Season ist cool, ne? Also, aber nicht... Ich find's, die andere Season ist besser. Ja. Hast du denn genug V-Works? Ko... Ko... Kopf... Kopf... Kopfgeldschirm. Oh, geil! Ja, Tilted Towers, Tilted Towers ist halbwegs da. In Salty Springs. Hey, ich seh' dich gar nicht online. So. Alter, hängt das geile neue. Kopfgeldschirm. Ja. Zwei Level noch, dann krieg ich einfach ein schönes Backbling. Hm. Ja, dieser Stream, äh, Stream sag ich kurz. Ja, mein Lieblings-Skin ist der Man-Cake-Skin. Ich will am liebsten jetzt meinen Man-Cake-Skin. Wenn ich den habe, ich will den so... Ich will den so lange... Auch wenn ich diese komische andere Frau kriege, ich will den. Vielleicht will ich erst den Andros Daud oder wie auch immer der ist. Ich hab' dich eingeladen. Nice. Jetzt guck' ich dir noch. Äh, 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 schieße Kopfgeldjäger ab. Hä? Ich muss jetzt meine Kopfgeldjäger-Mission machen für 1000 Millionen EP. Okay, ich weiß, wie ich das jetzt mache. Entweder ich land' noch mal beim Museum oder ich geh' da hin. Ich weiß ja nicht. Äh, beide sind... Aha, willst du auch mal Gruppenkeile, Amy? Doch, auch mal Gruppenkeile. Weil ich möchte auch leveln. nur eine Runde Gruppenkeile, dann krieg' ich mindestens eine Quest. Ich hab' ich hab' Quests, in mir mit Maschinenpistolen und in mir mit Sturmgewehr. Deswegen brauch' ich das. Dann hab' ich insgesamt 30.000 EP. Guck, deswegen wollte ich... Sammelbaren, das kenne ich auch nach... 20 Tau... Oh ja, Level 10. Ich komme! Level 10! Oder Level 11. Level 11, ich komme! Und jetzt wirst du die Karte sehen, wie die aussieht. Wenn du zählst, dann musst du bei Zolti landen. Ich veräum' dir nicht. Du bist nicht mal an der... Du bist ja nicht mal an der Party. Oh, ich war's. Da! Zolti Towers heißt der Ort ja jetzt. Da! Da! Ja! In der! Die noch wirst... Ja! Ja! Ja, da! Komm, der auch nicht! Ja, komm! Ja! 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 Das ist nicht stark! Mann, mein geliebter Obstgarten ist wieder da. Ja. Ey, dieser Hangleiter ist cool beim Sieg. Sollte ihr Kedern geht, dann siehst du Tilted Towers. Ja, die Hälfte. Wusstest du, dass das da ist oder hast, wusstest du, was ich jetzt gesagt habe? Ja. Na, keine Ahnung, wie mir mein. Beste Affenmann. Ja, die alten Zeiten. Die alten Zeiten, wo ich nicht gespielt habe. Und Oliver nicht gespielt hat, nur du. Deswegen. Ja, es gibt AK. Es gibt auch, es gibt wieder die aufhörbare Schrotpflanze. Ja, aber nicht in Season 4. In Season 4 wurde die entfernt. Ja. Okay, du hast die letzte Season fast nie gespielt, deswegen weißt du es nicht, oder? Ja, die gibt es wieder. Ja, Tag ist tausendmal besser. Aber nee, ich finde es für alte Zeit, nehme ich dann lieber mein Schrot, meine Kampfschrot, meine Aufwirkbare. Was? Diese Maschinenpistole ist wieder drin. Ja, die ist auch wieder drin. Es ist viele wieder drin. Und hier ist auch ein Museum bei mir. Ja, ich auch. Ich habe ja auch die AK. Bei mir ist ein Museum. Bei mir ist ein Museum. Oha. Ja, bei Tilt Towers. Heißt ja jetzt Zolti Towers, aber es sind immer... Es sind halt fast Tilt Towers, ne? Gut. Ja, das habe ich auch schon mal in dieser Season mal gemacht. Das war irgendwie das erste, was ich gemacht habe. Findest du den Mandalorian Skin bei Level 1 cool? Und wie findest du den Battle Pass an sich? Du... Sehr gut, okay. Ich finde die Bestmiss auch gut, aber... In Letten Belfast finde ich, weil ich bin ein richtiger Marvel-Fan eigentlich, finde ich dann besser. Ich bin halt richtiger Marvel-Fan. Ich liebe Marvel. Und dann hast du am Ende das Season wieder ein bisschen angefangen. Und jetzt... Du spielst, glaube ich, mehr, oder? Magst du das mehr als die letzte Season? Ja, das ist Wikinger. Wir haben einfach den Wikinger-Skin vor unserem Deutsch-Thema. Oder? Ja, das... Er hatte die neue Pumpgun. Ja, das geht. Du musst einfach... In dem Sand musst du einfach die ganze Zeit warten, dann bist du irgendwann eingesogen. Nee, dann kriegst du... Und weißt du, hier hinten lebt der Lehmann in Marioin und dann kriegst du mystische Waffen. Es geht nicht jedes, aber das meiste in der Mitte, das geht eigentlich immer. Kopfgeldschirm. Was ist denn das für ein Siegesang-Gleiter? Ja, das ist der Siegesang-Gleiter. Der sieht geil aus. Der ist schön Gold. Ich hab... Ich hab's auch bis jetzt noch nicht gesagt. Keine Ahnung. Oh. Weißt du, wie viel Gold ich schon habe? Ich hab's und 669 Gold. Ja, gut. Normal, wenn man gerade erst anfängt. Ich bin... Ich glaube, ich bin Level Up und jetzt mach ich noch eine Quest und dann bin ich ein bisschen Level Up und dann war ich auch nicht weiter. Herr Tannenbaum, wir haben noch nicht Weihnachten. Hä, welche Pump? Welche? Ja, das ist eine neue. Die ist neu. Wieder 15.000 EP. Ey, ich liebe... Ich liebe Fortnite. Ja, guck mal, ich liebe Fortnite. Ja, guck mal, ein neuer Hänggleiter habe ich auch. Das ist geil. Dieser Hänggleiter ist cool. In der Hart, den habe ich auch. Der ist Level 8. Wirst du dir irgendwann einfach den Battle Pass holen? Letzte Season hat der jetzt nicht so gefallen. Mir hat den so gut gefallen. Ist auch gut. Ist nicht besser als der letzte, aber den finde ich auch nicht schlecht. Ich finde, Letzte Season ist der Beste, der Beste, der Beste mit Marvel und so. Zack! Ich muss... Ich habe... Ich habe den hier abgestoppt, aber das war für eine Quest. Danke. Das war nämlich für eine Quest. Null. Na, 1 minus. Weißt du, was für die Tina für eine Note geschrieben hat? Abstauben. Ja. Okay. Ich habe schon wieder EP gekriegt. Ich werde jetzt bin ich auch richtig Level 10. Wird bei mir jetzt auch angezeigt. Welle wird auch so schnell Krattengruppenkeile. Pushen, 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 pushen. Von da. Von da. Ja, ja. Mhm. Kommen wir dann auf Klo? Keine Ahnung. Und besser. Besser als... Äh, ja. Kann nicht reden. Gut. Besser als halt, äh, wo wir in der Schule waren. Nein. Okay, wir sind beide gleich aus. Obwohl doch, wir sind beide gleich aus. Also ich habe eine andere Tarnung als er, weil ich habe die von Level 10, nee, von Level 9. Yo, ich habe es gestern gesehen. Ich war ja beim Live-Event dabei. Ich habe einfach Erfolg bekommen, weil ich habe gerade einer aus der Luft gekillt. Ja, ich habe die auch. Tschüss. Ich mag meine auffettbare Schrotflinze. Weißt du, weißt du, was mein Wunsch war für diese Season in der Schule, die ich angesprochen habe? Ich habe, mein Wunsch war, äh, neuen, schönen Battle Pass, die auffettbare Pumpgun und die normale Pumpgun. Das war mein Wunsch. Und denkst du, das wurde in Erfüllung gegangen? Ja. Normale Pumpgun, taktische Schrotflinze und die gute alte Auffettbare. Das war mein erster Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe 15 Kills und ich quatsch nur. Drei. Äh, sechs. Ja, du hast sechs. Wenn man die Karte eröffnet, sieht man das nämlich, was der Rest für Kills hat. Da wird das alle angezeigt. Wir haben Sturm, zwei von neun. Ja. Sturm, Sturm, zwei von neun. In Nierung, Leverfucket, 15, X-Gamer Pro, 3 und Emia Öffnung, 10, hat sechs. Das haben sie cool gemacht, oder? Ja, kannst du gucken, ja, wer hat jetzt die In Nierung? Da kann man vielleicht sogar in Nierung ja, kann man nicht lügen, weil das sieht man. Und das wird immer aktualisiert. Der ist so low. Ja, der ist so low, der ist so low. Ihr kannst so killen. Jo, let's go. Ich kille jetzt, ich versuche jetzt einen zu killen und dann sieht man direkt, dass geupgrade wurde von 15 auf 16. Benni, boah, ich habe einen gekillt und es sollte jetzt, ja. Okay, ich habe eine Quelle, ich muss fünf mit Schrot, eigentlich fünf Stück mit Schrotflinteln in Nieren. Komm, ich möchte es noch in dieser Runde schaffen, weil sonst sagt Oliver, der möchte du es dann. Oder Oliver, möchtest du du es oder nicht? Ja, dann muss ich jetzt fünf Kills machen. Dann muss ich jetzt mit fünf Kills machen. Jetzt muss ich vier Kills machen. Kann schnell gehen, kann aber auch langsam gehen. Das war der, den ich holen wollte. Ja. Da ist mein, da, bitte nicht den Killen, nein. So, jetzt brauche ich noch, äh, ich kann nicht zählen, drei. Ha, hier ist noch zwei. Jetzt noch ein. Ich muss nur einen Kill machen. Dann habe ich die Quest. Dann können wir auch wieder du es. Ja, dann möchte er ja. Ich wollte mindestens einen noch in Gruppenkeil, dass ich ein bisschen weiter komme. Oh nein, komm, der sagt nicht, das muss ich, ey, ein Schrotzflinten in die Jungs, ist das schwer? Nein. Ja, ich wette, ich habe das jetzt nicht. Das muss dann, ich muss ein, ich muss ein in die Jungs schrotz, ja, habe ich nicht geschafft. Schade. Hey, du kannst, ey, das ist einfach ein Gegner. Oh mein Gott, nee. Ja. ich habe, weißt du, ich hatte 17 Kills. Ja, ich, ich muss jetzt ein Kill mit Schrotflinze noch machen, dann habe ich wieder eine Quest. Du hast Level 10 erreicht, ich bin fast Level 11. Ja. Nein, ich bin Level 10, du bist Level 3. Ist ja auch gut, ja. Ne. Ach so, Aufstieg der Schatten, äh, Dings da. Das ist, das ist Aufstieg der Welten verschlingen ist, das ist kostenlos Marvel-Reihe. Guck, du hast trotzdem was von Marvel-Reihe. Obwohl du es nicht wolltest. Arena, Trio, Trio ist okay. Ja. Oh mein Gott, noch ein Level, dann habe ich so ein cooles Backlink. Wo ist der Hängegleiter? Star Wars Reihe. Weißt du, weißt du, wie viele Reihen ich noch brauche, dass ich von jedem eine Sache habe, von wie vielen Reihen. Ich brauche noch, ich brauche noch die Eisreihe und die Ikonreihe, dann habe ich alles. Obwohl ich nicht so lange will. In 5. Oh ja, gut, die 10.000 P-Quest sind immer cool. Das ist aber auch eine der schwierigsten, aber auch die einfachsten. Ja, das ist nicht schwer, ja, aber es soll, aber ja, es ist nicht schwer, aber es kommt in die Kategorie schwer. Weil, es gibt's Quests, die geben dir 1.000 EP, dann musst du nix für tun so gut wie, dann musst du landen. Okay. ja aber hier wurde auch geändert ich dann sollte sie ja kettikorner macht und bringt eigentlich nichts mehr es ist bringt einfach nichts mehr eigentlich korrikasse kann ja drin bleiben da habe ich nichts gegen meine ahnung das ist der zero point ich weiß ich habe gerade auch das ist der zero point das ist der zero point zero point wo der beschädigt ich habe eine ach so ich bin so dumm ich habe mich rutschen zu ich habe eine quest in so dumm ich habe ja klar das ist ein taus ja ich habe die quill sind fast level up und dann habe ich das back bling und dann liebe ich ja das gold ja nein mann täglich der war so low ich brauche amt dann nehmen eine hart hat jemand pump kann mani oliver du hast dann bei das brauchen wir sind ich brauche von ein bisschen sturmgewehr und pump kann hat eine sturmgewehr hat eine sturmgewehr sturmgewehr dann gibt man meine tarnung das ist die der camp wieder keiner killt ihn verstanden so tschüss ich wünsche auch lud er ist level up ist level 10 aber ich bin gleich level 11 ich habe nicht so viel gegner ich habe ja der halte ich muss mich auch mal heilen hat immer eine heil ich bin tot ich bin tot ihr kämpfen in meinem haus die kämpfen in dem haus hinter hinter der tür kämpfen die wenn du dich neigen liebte sind die das sind zwei ne sie sind nicht so gut er ist tot der wird jetzt aufgefühlt nicht oder nicht der markiert jetzt immer noch den heilen soll da was bringt das wenn du selber tot bist der ist nicht in mir doch der ist da der ist bei oliver meine karte ist gleich weg meine ist gleich weg der ist da wo oliver ist der halte sein team obwohl doch einer so am leben ja meine meine ist nicht weg so meine hast du schon mal jetzt kommt noch seine die geht auch weg wie im flug da sind sie dort halt auf ja das ist aufträge schieße kopfgeldjäger ab apropos kopfgeldjäger ja das muss ich machen und die quatsch belebt hiermitglieder wieder ich muss noch zwei mal ein von euch wieder blieben habe ich wieder 10 dann habe ich wieder 15.000 ep ok ich weiß wo ich lande ich möchte eine quest machen müssen brauche ich ich bin dann bin ich ins level ab und habe eine coole backfliegen welche level sind die keine ahnung also diesen bettel was findest du besser in mir als den von season 4 von der letzten welchen benefit findest du besser von chapter 2 season 3 von chapter 2 season 5 hast du auch den season 3 bettel pass den jetzigen season 5 bettel pass den jetzigen season 5 bettel pass den jetzigen season 5 bettel pass mhm ja auf welchem account auf emu du hast mal in season 3 hast du in season 3 hast du auch glaube ich mal mit dem emu der ja hast du dann die bettel pass bis diesen oh ja also wieso hast du denn nicht diesen neuen season 6 gekauft sogar bock gehabt aber sie sind neun ist auch schon ganz so gesehen die sind auch die schätze 1 diesen 1 diesen chapter 2 season 1 gut ja sie ziehen danach diesen 3 nö ja ich weiß sie war voll die scheiße also sie waren nicht mal interessant oder oder du brauchst level 15 in diesem 1 gehen Lima l ich muss noch 2 wiederbelegen von euch und habe ich eine quälte geht Ich muss es ein! Okay. Mein Gänz! Ich hab keine Waffe! Wieso kriegst du den Scheiß immer? Ich drücke die ganze Zeit und du kriegst das! Oh! Ich weiß aber wo. Ich hab... Ich spiel... Du hast letzte Zeit keinen Faden und ich bin deswegen weiß ich wo die Kisten sind. Okay, jetzt werde ich auch nicht mehr weiter. Bleib hier? Ich lerne hier nie so gut, deswegen weiß ich das hier auch nur so ein bisschen grob. Bruder. Ja! Tschüss! Tschüss! Ich geh zur auffettbaren Schrotflinze. Wir wollen es, gell? Wir wollen es, gell? Wir wollen es, gell? Die! Geht. Ich finde die nicht so gut. Kann man so als Mittelding bezeichnen. Das Beste aber auch nicht das schlechteste. das war so dass richtig sauer deswegen fährt er jetzt weg zwei von wenn beide vor wenn ihr beide stirbt dann könnte ich beide heilen und dann hat ich hab ich hab 707 wir müssen diese katze eliminieren wenn wir das machen dann haben wir mehrere haben wir besser was ja ich auch nicht die nennt sich die nimmt sich sehr oliver doch der hat dafür munition bestimmt der hat bestimmt pump munition wir müssen jetzt in diesen kreis rein pump muni brauchst du es war oliver der braucht das das hat fast aufgesammelt das sagt so aus ob das aufsammelt okay wo ist die katze wir müssen jetzt eine katze ist es die k ist es die katze ich habe die katze katze katz alle auf katze dann kriegen wir alle das nein irgendwo bei mir ist die nicht auch nicht bei mir da wo ich gestorben bin ist die da sind nämlich die zwei wenn ihr die katze holt habt ist ja er hat komisch töten fischen fünnischen habe ich nicht bekommen oder ich glaube ich habe ich habe nicht bekommen weil ich tot bin der hat nur hat nur ein kopfgeldjäger für mehrere quest ist er braucht den kopfgeldjäger bitte gefunden wer hat den kopfgeldjäger gefunden soll man die noch mal machen für eine quest ja ich möchte den skin und ich glaube ich bin level up ja ich bin level up was ist mit der katze eine ahnung ein kleines das war ich gerade weil ich muss weil bei mir warmbach level 15 kriege ich diese eine frau hast du nie gedacht ich fand wort man erst ab chapter 221 gut es war so meine story war ganz easy und voll dumm ich habe so gedacht ich wusste weder hat er endlich in dieser wohnen wo ich gerade wohne habe ich gedacht komm ich zock mal fortnite habe installiert habe gespielt und hat mir gefallen ende nicht durch youtube oder das freunde sondern einfach nur dadurch guck mal mein berg bling guck mal von dieser dynamofrau oder wie auch immer die ist die verraten die welt aber ich meinte ich die spitzhaltig ausgerutscht habe ich von hatte die welt wir müssen er die lebt für für eine quest dass wir dass wir die quest 1 besser ledig weil da müssen wir dann kriegen wir alle nämlich eine quest dann müssen wir den wieder ein eliminieren weil die kriegen wir alle wer denn wir müssen nur was die quest ist ja die quest sind für alle die quest sind für alles egal diese muss fünf kopfgeldjäger und diese kopfgeldjäger ja ja werden wir den boss killen aber ich kann sie für die quest bei mir ist die p wichtiger als die waffen ich weiß dass wir irgendwo hier mit dir und hat erst gefunden jetzt hat die frage wo im keller aber erst mal so ist kurz den typen er hat er ihn gefunden äh ich weiß eh beim boss wo hat er den gefunden äh äh kopfgeldjäger oh nein du wirst gesucht ein gegner geil ja okay jetzt mach ich hab bego macht muss sie ich hab bego mach ich komme jetzt ja kopf jeder wurde beendet die mitglieder in die mitgliedern der ist in afrika ja ja okay guck es siehst du wie man den skin spielt wenn du bei mir guckst und das back bling und hier kurz noch die sprung dinger ja es hat so eine gute sollte es gar nie macht ich hab gleich wieder eine quest weil ich die ganze kisten öffne hier ist gleich ich lasse ich erstmal liegen wenn ich brauche ja ne 350 bei in der season 2 in der season 2 ich hab da 2 hat das geld über 350 erreicht wenn ich dich noch mal wenn ich dich noch mal wieder blieb habe ich wieder eine quest ne was machst du grad ich muss ein von euch ganz wieder beleben dann habe ich wieder eine quest kommt alle her ich hab's gleich die alarm kann ich das jetzt weg der ist ehrenlos der will mir nicht das jetzt weg geben der will der behält eh das jetzt weg wieso und jetzt such mal den kopfgeldjäger wieder du hast ihn noch in gefunden du ich meine dich du ja du habe ich doch die gegeben ich habe nicht mehr da bei 1 ich weiß nicht ob die zu 100 prozent borne wie die sporn ja wir müssen irgendwo kopfgeldjäger missionen machen die möchte 1 haben ich gehe ich kann für ein von euch mitnehmen meinem auto weil das ist nur so lambo ich bin zuerst trepp ist drin ja und oliver ist drin weil der ist ja sehr gut guck was ich ich bin irgendwo ist ein kopfgeldjäger ich muss irgendwo nach kopfgeldjäger suchen ich muss questes 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 wo sind die questes was was ja ja ich habe roten ich muss glaube ich nicht das nächste mal beim museum land aber museum war einer ja das ist der für hier kann zu sachen gehen ich laufe jetzt einfach irgendwo hin oh mein gott ich habe ich habe ein kopfgeldjäger wer ist das ist die in ihrer nähe an schatz ich bin kurz weg 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 Leute, können Sie mal bitte den Typ suchen? Leute, können Sie mal bitte den Typ suchen? Leute, können Sie mal bitte den Typ suchen? Ja? Ja? Ja, du darfst auch nicht immer pushen. Habt ihr überhaupt mal den Typen gefunden? Ey, such du mal bitte den Typen. Den, den willst du nämlich... Doch, den siehst du auf der Karte. Irgendwo in diesem gelben Kreis. Ja. Ja. Irgendwo muss der Ding sein. Bei uns sind auch Gegner. Neifemunni hab ich nicht. Ich hab keine 3-5-Munni. Wie ein richtiger Fisch. Der hat Jetpack. Der wollte mir das Jetpack geben. Ja, mehr Mets hab ich nicht. Der hat auch bestimmt mit, aber er hilft mir nicht. Los. Ja, ja. Ich muss wieder ganz runterlaufen. Ja, ich komm. Ich kann nicht so mega schnell. Ja, probier ich. Nein. Ey, wir kriegen den nicht mehr. Obwohl, der kann an der Sound färben. Ja. Ich hab euch eigentlich gesagt, ihr sollt ihn bitte suchen, aber ihr habt sie halt nicht getan. Ihr wart hier. Ihr wart hier. Ihr wart hier und der war da. Achso, ja, das ist Jetpack. Danke. Okay. Ja, das sind die letzten 13 Sekunden. Aber wir können nochmal zu dem Händler gehen. Ich glaub, der ist noch da. Ich weiß es aber nicht. Ja, Auftragzeit ist abgelaufen. Ja, jetzt kommt der neue Gegner. Ich hab nur immer keinen Sniper-Money. Amy, hast du Sniper-Money? Ja, Oliver, bitte. Der braucht das. Okay, jetzt müssen wir den. Der ist bei uns in der Nähe irgendwo. Das ist dieser neue Skin. Den müssen wir kehlen. Der ist bestimmt in einem Haus, ja. Das ist das einzige Haus in der Nähe von hier. Sieht man nicht die Waffe? Nee, ist nicht die Waffe. Aber ich sehe die Schritte. Im Busch, im Busch, bestimmt. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ja. Da ist er. Das ist er, das ist er. Der wird bestimmt gejagt, deswegen haut der auch ab. Der ist im Busch. Der ist im Busch. Ich push. Ja, komm, wir pushen den. Ja, hab ihn! Jo, geil. Ich nehme das Wettgeat. Ja, jetzt habe ich viele hier 300, 100, 103. Ja, ich habe ihn alles gegeben, muss für ein bisschen von ihm dann nehmen. Der Gegner hatte so viel Money. Der hat einfach so viel Money. Einfach runterschießen mit Sniper, moin. Niska! Ich auch. Komm, wir gehen jetzt nach... Blödmannshausen. Ja, das kann ich nicht. Da ist noch mehr Gegner. Mal gucken, ob wir sie holen. Ja. Mal gucken, ob wir sie holen. Da hast du auch den neuen Hängengleiter. Ich habe den einen Hängengleiter. Von Level 8 habe ich ja. Ich bin doch nicht safe. Ich bin tot. Hey, wieso? Doch, der Zwick hat mir den Po gerettet. Nö, auch nicht. Das bin ich! Nein! Tönt ihn! Ja, hinter mir! Oh, oh! Du wolltest den einfach... Du wolltest den angeln? Du wolltest... Der wollte den oben... Der wollte... Der wollte sie kaputt angeln. Das ist gut. Mach mir gut. Oha! Junge, der gönnt sich... Okay. äh, nein Trio ich muss nur eine Kopfgeldmission machen der Betsy Pass ist cool aber ich finde der letzte Betsy Pass mit Iron Man, Wolverine und so das war der Herbstung geschmeckten Tolo Alter, wie viel kann man denn bearbeiten? ich rüste mal alles andere aus oh, das geht gar nicht oh moin Mandalorian ich hab so wenig Star Wars ich hab nicht meine Star Wars Bitshacke aber kriegt man ich glaub der hat nicht meine Spitzhacke der Toll der Boy hat er keinen hat er es geklappt glaube da hat keiner oder hat er eine hat keinen Scheiß da klappt er du könntest dir was kaufen weißt du was du kaufen könntest du könntest du könntest team bürger oder team tomate kaufen einmal lieber kosten ich habe auch 100 ich habe auch einen team ich bin team bürger ja ich könnte mir auch kaufen aber ich mache das nicht wirklich ich habe ich gekauft ich möchte nicht ein bisschen sparen team bürger okay ich bin kurz ganz kurz weg schon was trinken und jetzt will ich noch kurz zum so 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 bin da. So bin da. So bin da. aus wenn da das nicht ist und er guckt mal da kommt er kann gucken dass man da ob er der hunter ist ich will okay landen viele ich gehe doch zu lazy wenn sich die anlage mal ein bisschen beruhigt hat dann komme ich wieder ich war ja geht ran von geht ran Ich hab ihn! Ich hab den! Ich bin tot! Ich muss einfach loswerden! Ich muss einfach loswerden! Ich muss da noch arbeiten! Was? Oliver geh da hin und kill den! Da kannst du die Quiz machen! Cool! Einfach da hingehen! Nicht die Gegner! Die Gegner kannst du in Ruhe lassen! Nachher sind das die, die ich killen muss mit! Okay! Ja, so jetzt! Nee, ist nicht die Gegner! Einfach heim, bitte! Hi! Hallo! Ja, bei mir interessiert er grad gar nicht! Komm bitte Oliver, gebt mir die grüne Tag! Guck! Wir gucken, ob der jetzt stirbt! Dann müssen wir es halt nochmal neu machen! Das ist auch nicht so schlimm! Hä? 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 Der hat sich selber heute getötet! Das ist krass! So, Emil! So, Emil! Ehm! Er red doch mal! Wieso kann er nicht reden? Was? Ja, ich will das mal fangen! Das ist ja die ganze Zeit! Oha! die das war es zuverschalten den wachsenden st ja in dieser Bede denn ich reden vielleicht noch mal neu einstöpseln wir müssen jetzt wieder dahinten landen nicht da irgend entweder hier hier oder da hallo 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 das machst du mir hallo 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 ja 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 das geht er andere ja ich habe das vor schlafen was ist das vor schlafen ich verstehe ich nicht du kriegst komisch im jahr übersetzt sie mal ich will das als ich will das ablenkung ich bin vorbildet meinten manchmal war es immer auf einmal hat die frau beckerlöpfe und er guckt er muss der boy sonst muss ich dann wieder zu hunter hausen hallo 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 und für gefühlt mann jetzt einer er ist mir auch lieber hätte kann wer hat gemessen herren sein ist kaputt auch länger sein ich gehe zu hande hausen ich bin den einfach nicht ich habe ein boot gestellt darf mein boot wer hat nur fein geholfen okay ich will nicht ab mit einem boot aber war dann nur an verrichten er wird auch mein in mein luxusboot er er im jahr er im jahr bei mir hat es kommen heute die sie so hat man gesehen aber erst einmal gesehen er hat er in den letzten auf dem hocker abhauen abhauen ja du bist ausgestiegen hast du ja wieso kommt er nicht einfach rein dann können wir abhauen ja ich muss rein von am meisten hier unten eine scheiße boot junge boot lass mich brauchte ich nicht mehr mir einfach nicht es kommt ein kleines uhr dort morgen ja andere andere ja wir gucken mal wir gucken in 1 uhr ja Ja. Lachs nicht. Haben Sie, wie lange dauert noch das Update? Ein... Ja, ich bin... 30... 30 Minuten. Oha, also bist du jetzt nächste Woche? Was? Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche! Warum ist das jetzt so? Wala. Ble. Ja. Ja. Der ist auf, woher gesagt. Der ist noch. Ich zieh mir hier. Ja. 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 Hör mal nicht auf. Und so werden meine Eltern sich jetzt sagen. Jetzt kann meine Eltern das sagen, weißt du das? Ja, ja, ja. Dass ich sowas machen will. Das ist Herr Broten. Ja. Ich will es mich beleidigen. Ja, ja. Wenn ich zwei Level ab bin, dann bin ich zwei Level. Das würde so gute Logik sein, oder? Wann hörst du überhaupt auf mit Spielen? Wie meinst du? Also, wann hörst du auf mit Spielen? Ja, oder ob du keine Zähne hättest. Ich hab Zahnspange. Ach so. Es heißt, ob du keine Zähne im Mund hättest. Sollst du mal abnehmen? Ja. Ja, das ist Oliver. Hallo? 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 Kann mich jemand hören? Der will direkt eine Challenge machen. Spiel ist FIFA 20. Was sind die denn? Ich spiel jetzt irgendwas zur Ablenkung, bis die Scheiße das Spiel und vorbei sind. Ich spiel jetzt. Immer spiel bis ein FIFA, bis das Update fertig ist. Ja, boah. Ja, boah. Na und? Guck dich mal. Du bist so respektlos. Respektlos. Guck mal, guck mal. Du hast eine 3. Ich mach keinen Fan, weil ich möchte Level und keine Challenge machen. Na und? Ich hab eine 2. Na und? Na und? Ja, ich hab einen Plan, wie ich level. Also, wie ihr levelt, hab ich auch einen Plan. Ich hab einen Plan, wie wir alle leveln. Also, mein Plan sind, wie macht ihr... Einfach V-Bucks auf dich. Einfach V-Bucks ausgeben. Und? Einfach V-Bucks ausgeben. Und ich muss noch eine Vision machen, die heißt, ich muss euch wiederbeleben. Ja. Und ich muss, ihr stirbt halt so gut wie die, ihr seid einfach gut. Ey, aber André. Ja? Eigentlich kenn ich deine Mutter, von Seen her. Aber persönlich kenn ich sie nicht. Also, jetzt, wie, wann sie geboren ist und so. Weißt du? Ja, okay. Was ist meinst du, Oliver? Ich verstehe dich grad nicht, Oliver. Wir müssen irgendwo nach dem Kopf gehen. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Dortmund wird verlieren. Ich lese gerade, dass wichtige Innenverteidiger für Dortmund fehlen. Ich will jetzt eh direkt drauf gehen. Die sind wichtig. Komm, wünsch mir Glück. Einmal fehlt Guerreiro. Schauen, der richtig gut ist in der Verteidigung. Weißt du das? Mann, ich sterbe direkt. Aber Guerreiro... Ja, aber ich muss kurz machen. Ich lese dich einfach da, wo ich möchte. Beruhig dich, beruhig dich. Ich habe jetzt nicht gesagt... Ich meine nicht dich, Kanda. Ja, hast du mal leise was? Nö. Boah, kann man 3000 jetzt mal laden noch? Ich zähle jetzt eine Zeit, wo ich tot bin. 55 plus 5 60.000 Was? 60.000 plus 5.000 Ja, warum hab ich das gerade auch geladen? 75.000 plus 5.000 75.000 Ja, du sag mal laden, check and expect mal vor dir. Weißt du das? Nö, ich kann auch sagen, dass du ganze Scheiße zu mir gesagt hast. Nö? Spaß. Wollt ihr mich jetzt teilen? Egal. Egal, komm, wir vergessen das. Scheiße. Ich spiel jetzt ein bisschen FIFA. Ich muss in einer Sunde ausmachen. Ey, André, ich muss ein bisschen... Ey, wir sind Freitag jetzt einmal Container. Ey, äh, André. Ja. Freust du dich? Ist doch cool. Dann können wir so über Fortnite reden. Hey, bin ich gar nicht vorstatt. Ey, Emia, irgendwie fang ich jetzt an, mehr Fortnite, glaubst du, zu spielen. Du? Emia fängt mehr an, als Fortnite zu spielen, weil der mag kein Marvel so richtig. Deswegen hat er die letzte Season nicht gefeiert. Emia, André. Ja? Was denkst du, was denkst du, wird, äh, was denkst du, wird Emia aktiv sein auf Fortnite oder mehr auf FIFA? Ich glaub, in Fortnite. Ich glaub, ich werde... Meine Karte ist eh weg. Ich werde ein bisschen attraktiver auf, äh, Fortnite. Weil bei FIFA, das hat nur das Gleiche. Ja. Weil das Ding ist, ich hab verlassen, weil ich hatte ne Quiz-Reihe, die Kopfgeld-Reihe, und dann muss ich... Ich guck jetzt mal für vier Minuten. Wow, 17 Minuten, du! Ja, wow. Ja, ich hab dir auch ein Lobby-Korn. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht mal diese Scheiße laden. Die, die fackt im Shop. Ich mach jetzt Tor. Messi schaltet. Nee. Ich mach Questes. Ja, der mag... Wir haben Emma's Sniper-Dinger gemacht, weiß noch? Ich mach Questes, ich muss noch zwei... Ich muss noch so viele Sachen öffnen, aber stopp nicht. Wer ist schlecht? Keiner ist hier schlecht. Ja, Emia. Boah, was war das für uns zu tun? Ja, Emia, kommst du Lobby bitte? Wie viel so weiter Geld? Oh, das Ding ist geil. Ey, Emia, weißt du was? Ich hab Questes, deswegen musst du... Emia! Emia, magst du mich? Was? Wie? Wie? Du würdest mal sehen, wenn Probecker einmal wegguckt, ich geb dir ja tausend Latschen. Bis du weinst. Bis du weinst, bis du weinst. Warte, warte, warte. Ja, kannst du nicht, kannst du nicht, Digga? Warte mal, warum schlagen wir... Warum schlagen wir uns, obwohl wir Freunde sind? Hä? Was macht's für einen Sinn? Nein. Ich muss nicht... Ey, André, ich muss irgendwie heute lachen. Guck mal, eben, ihr sah... Guck mal, einmal heute, ne? Ja, der sagt so, ja, Samuel, bitte lachen zu sein. Und da... Und da kommt so Probecker und sagt, Emia, Emia, du musst bitte nach oben wieder zu unten gehen. Du hast größte Karma bekommen, Emia, glaubt mir. Niemand kriegt... Aber eigentlich stimmt das nicht, dass du das größte... Das größte Karma ist, wenn man anderen auslacht und dann irgendwas zurückbekommt. Ja, das ist ganz Karma. Jetzt bitte alle richtig machen, weil ich bin im Level-System. Warte, ich hab Angst über einen, was du... Ich hab die Schießen mal nicht ausprobiert. Titel ist so hoch. Ich hab die gar nicht ausprobiert, aber von außen findest du sie cool. Messi verkackt. Ich muss los. So, ich lande jetzt, Oliver, bei Kopfgeldjägern. Ey, André, André. Ja? Weißt du, dieser Song? Cristiano Ronaldo, Cristiano... Ich weiß. Ja. Weißt du, diesen Song bei UGS? Ich muss einmal lachen. Ich muss einmal lachen. Weil einmal, ne? Ey, Emia. Einmal bei UGS hat Diana gesagt, oh, da wird man doch verliebt. Und André so, nö. Beste. Ich muss so... Ich muss so... Ich muss so bestot lachen, wo der nö gesagt hat. Da wird man doch verliebt, nö. Nö. Ich werde an Pro... Ich werde an... Ich werde an mich selber verliebt. Ähm... Witz. Frau Beckers, mit wem? Ah, du warst jetzt 84er, oder? So, der... Ich hab ihn noch nie... Ist er... Hast du ihn gezogen, oder hast du ihn jetzt gekauft? Ey, yo! Wow! Mir... Wetten, es war Premium und selten ne Pack, oder so. Wo sollen wir landen, Oliver? And Lazy? Ich glaub, Huntershaven, oder? Das glaub ich am besten. Ey, André, soll man... Westbox 2. Ey, Emia, du wirst ja auch die Westbox kaufen, oder? Ey, André! André, soll man gleich Fortnite spielen? Ja, wir können das Fortnite spielen, eben. Aber wir müssen Solo spielen. Und schon mal gucken, so wie die Map aus Alta. Hey, wir können auch ein Team spielen. Mit Oliver. Jetzt. Zeh, Mann, das stimmt Oliver Sound. Dabei. Ja, Team, ja. Oh, mein Gott. Ein Winkel, ein Winkel. Komm, bitte. Ey, Emia, kennst du das so? Du willst so, äh, Toren... Chef, oh, kennst du das so? Du denkst, du stellst so wie Ronaldo kribbeln, und dann vor allem abkribbelst du, wie, keine Ahnung. Kennst du das so? Ey, man denkst mir, dass du auf einmal verkackst so. Ich brauche es. Mann! Je, der ist immer tot. Ich hasse nur diese Scheiße. Diese Scheiße. Chef, Chef, André nimmst du... Ja, kill mich doch, du... Aber wo ich André geht... Ey, Emia. Emia, einmal habe ich André gekillt, der ist ausgerüstet. So, bei Kreativmodus. So bei Kreativmodus. Der ist Oli war da hinten, Junge. Warte, ich komme gleich rein, André. Vielleicht kamst du wieder besser. Ich verlasse jetzt Runde. Der ist woanders gegangen, weil er kurz weg war. Hey, was macht der? Er hat sich schon den Tisch gelassen. Ich muss da jetzt nochmal landen. Ja, ey, weißt du auch diesen Song? Ihre Liebe, ihre Art, alles auf mich bestellt. Kennst du diesen Song? Hm. Ey, ich muss da nur eine Kopfgeldmission auch machen. Ist das zu schwer? Ist das schwer, Games? Ist das schwer, Kreativmodus? Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Im Winkel. Im Winkel sogar. Ja, wie Emil, so wie du. Oh. Ey, Oli war heckert. Oli war heckert so. Weißt du, was Oli war heckert so gesagt hat? Ich habe so mein Bild gezeigt. Ich so, was ist das? Ich so, das bist du. Und da hat der André so gesagt. Und da war André, glaube ich, schon stark. Und auf einmal hat so Oli war so traurig geguckt. Ey, Oli, ich lande dich bitte da, wo ich lande. Und ich bin bei Handy auf mein Handy. Bersenkt. Wer ist das? Landst du bitte da, wo ich lande? Wer ist das? Ja. Ja, wie soll ich gucken über Playstation? Schick mir mal so ein Bild. Schick mir vielleicht so mal. Schick mir mal so ein Bild, wie es aussieht. Ich kann nicht stehen. Weil Hayley liegt da. Im Winklitz, im Winklitz, im Winklitz. Und jetzt müssen wir die Quest auch schaffen. Ey, André, ey, Ebi, er sagt nichts. Ebi, er sagt nichts. Ey, ey. Ebi, er ist komisch. Ey, Ebi, er ist komisch. Ey, ich weiß André. Hallo, ich verstehe, er ist komisch. Wachst bei mir. André, André. Ja. Kennst du Depay? Keine Ahnung. Wo landet ihr? Boah, Alter, genug. Herr Hamza, du leckst bei mir rum. Das hört sich voll komisch an. Oder Amy, ich glaube, ihr beide leckt rum. Hi, Mama. Jesus, Jesus, also Gott. Egal. Du bist hier zu dumm, was du stehen. Spaß. Guck mal, guck mal. Oh, leider habe ich das verstanden. So wie du. Oh. Ey, André, hast du schon einmal gestritten mit Oliver? Boah. Hast du schon einmal gestritten mit Oliver? Jetzt hört sich doch wieder besser. Aber bei mir hast du eben rumgebackt, bis der K.A.R. kommt, ey. Ja, ich... Boah, der geht nicht rein. Fuck. Schaut. Ey, André, hast du die Hausaufgaben gebracht? Äh, keine Ahnung. Hä, wie? Keine Ahnung. Hä, das muss man wissen. Vergessen das manchmal. Auch, äh. Und jetzt werden wir den besiegen, wenn nicht. Ich habe das Fortnite. Ey, guck mal. Guck mal, der Andro hat voll andere irgendwie. Guck mal, der Andro ist irgendwie so ein... Komischer Mensch, weißt du warum? Warum? Guck mal. Mensch, heute, ne? Sagt der mir zu mir, äh, zu mir, äh, ich habe so irgendwas gesagt. So auf einmal in der Übungsstufe. Ja, so ein Schimpfwort. Dann, guck mal. Dann auf einmal, äh, hat so Lerndro irgendwas geflüstert. Und der Andro guckt zu mir. Zu mir. Weißt du, was heißt? Der lässt sich übermischt. Ja, ne? Oh, na. Mäh, sie haben doch behindert. Das kann man doch bemerken. Mann, diese Scheiße! Ey, André. André, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst bei Ausrasten eins. Botchowai, mein Schlecht, diese Scheiße, Balls. Why? Ja, ich tasche nur mein Spock zwei. Kann ich nicht einmal das nochmal schaffen? Warum? Warum? Warte mal, warte. Ich guck mal, wie viel Botchowai kostet. Ich geh bei Ultimate Team rein. Wenn ich das jetzt habe, kann ich nämlich dann auch andere Questes machen. Hä? Boah, ne 1, ne 1. Auf jeden Fall ne 1. Kann doch nicht so schwer sein, den eigenen Quest zu schaffen. Hä? Was ist sogar wegen Oliver aus? Schnell vor, André nimmt seinen Kopfhörer. Schnell vor, André nimmt seine Kopfhörer, werft sie aus dem Fenster aus. Lasst das Headset in Ruhe, Katze. Stell dir das mal vor. Lasst das Headset in Ruhe. In Ruhe. Schnappert sie das an die Blöde. Oh, rote Kuh. Eih, du, du, Alter. Hört man mich noch? Ja. Hört man mich noch? Hallo, Hamza, hört man mich noch? Ja, hallo. Gut, weil meine Katze hat gerade mein Hältstück dran geknabbert. Ja, wow, ist auch gut so. Wie wow ist das so? Hey, deine Katze? Ja. Du musst dann die Katze nehmen und dann aus dem Fenster schmeißen und dann dreimal, dreimal noch in sein Gesicht furzen, dass sie nicht mehr lebt. Okay. Okay, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weil ich auch nicht mehr weiter mit diesem Game. Hier lachst du so viele. 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 Hol dir bitte direkt diese Waffe. Welche? Ich meinst ihn. Du meinst Oliver? Ja. Hä? Nein, wo ist die? Die ist einfach gerade nicht da. Ey, André, irgendwie rastest du irgendwie... Du rastest irgendwie jetzt wegen Fortnite aus. Irgendwie ist mir aufgefallen. Ja, weil das nervt immer. Ja, du hast sie. Emya, Emya ist doch noch aufgefallen, oder? Ich bin auch gerastet, weil ich hab mich so aufgeregt, weil wir immer sterben, wenn ich was machen möchte. Ist auch... Weil ich schon echt übe meine Freistöße. Komm, wir gehen dahin, wo sie ist. Elfmeter, schmeiß deinen Gallenhelfer. Puh, aber ey, ey, fuck das Ding hat gehalten. Ich mach jetzt mal ein Freistöße, ich höre ein Freistöße irgendwie machen. Ey, komm Oliver, wir hauen hier ab, das ist mir jetzt zu Welt. Dybala, 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 Dybala. Ich geh zum Gegner, weil ich möchte ihn killen. Ja, da komm einfach. Ey, ich höre, wie der redet irgendwie. Ja, ich höre, ich höre dich, ich höre dich. Ich höre dich, ich höre dich. Hör den, ich höre den. Hörst du ihn auch, Emya? Ich auch. Die bewegen sich ein bisschen. Ey, ich will jetzt locker sterben, weil der da schön looted. Ey, Emya, weißt du, wie Dortmund gespielt hat? Jetzt geht der da jetzt auch noch rein, der ist so schlau. Okay. Ja, Oliver, du bist so der Schlauste und geht auch noch da rein, du bist so schlau. Wie wär's, wenn du abhaust und in meine Richtung kommst? Aber was macht der jetzt? Was hat er genommen? Ja. Ja? Wieso? Du warst irgendwo hier und dann reißt du auch noch schön in das Ding rein. Ja. Ey, der Gegner bewegt sich immer. Ey, Emya glaubt mir mit... Ah, mein Zahnspeis. Mein Stehenholer bist der glücklichste Mensch. Ey, André sollen wirklich dann zusammen auch spielen? Ja, können dann auch so spielen. Wow. Nein, ey. Und wenn du jetzt stirbst, bist du selber schuld. André. Ja? Ich mach jetzt mal aus. Mach es mal an, dann guck mal, wenn es geladen ist. Also wenn du es deinen PS4 ausmachst, dann darfst du wieder alles von vorn machen. Hey, das ist noch eine Frau. Er hat es wirklich gemacht. Ich hab ihn! Ja! Ey, das war einfach ein Bob wie Mäus. Run-Bot. 55.000 EP auf den Nacken. Nochmal für... Ja, jetzt kann ich dir auch helfen. Jetzt kann ich sogar sterben, weil jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kommt aber noch eine Mission für dich, bitte. Wenn du dir erlegt, ist das Ehrenmann. Mann, du musst sterben. Ich sterbe. Ich muss dich nicht einmal so wiederbeleben und einmal neu starten. Könntest du das bitte gleich machen? Wenn du jetzt stirbst, dann kannst du dich ja eh wiederbeleben. Aber ich glaub, du stirbst nicht, weil du bist so gut dafür. Ich hör bei dir das schießen. Ich hab ein Kompromiss für dich. Wenn du stirbst, dann geb ich dir zwei Minis und vier Verbände. Dann bist du wieder genauso viel Leben und sogar mehr, wie du jetzt bist. Du musst nur einmal kurz am Fallschern sterben. Dann wiederbelebst du dich direkt, okay? Ja, erst mal Gegner killen. Direkt snipen ist auch gut. Bester Spieler. Jetzt schneid ich den Ganaten, der Nubi. Ich geb jetzt eh. Direkt pinnigen. So, und jetzt direkt Haylin und dann an Falschern sterben. Und dann weiß ich, du bist eh fast tot. Ich hab deinen Kompromiss. Ich geb dir dann mega coole Sachen. Okay, ich bau, obwohl ich hab keine Metze. Ein Mini gönn ich mir. Den Rest kriegst du. Dann hast du noch zwei. Ja. Bitte, diese Runde. Ich hab nicht mal Metz. Du hast Metz. Hey, du willst ja nicht komplett sterben. Ich muss dich nur wiederbeleben. Wir werden ja eh nicht komplett sterben. Wir werden ja eh nicht komplett sterben. Wieso? Oder wenn ich tot bin. Oh Mann. Papa, du willst ja nicht komplett sterben. Ja, Aldo, du wirst nicht komplett sterben. Ich muss dich nur wiederbeleben. Ich muss dich nicht neu starten. Ich muss nur angeht, wenn man kommt. Weil du musst dich mit der Wettbewerbe. Dann haben wir eine Kette oder ich. Und dann hast du die bestimmt. Ich hab jetzt gemäht. Dann kann ich hochbauen. Ich hoffe, das macht. Kannst du das gleich machen? Das geht schnell. Weil ich weiß nicht, wann ich ausmachen muss. Entweder 7.15 Uhr oder 7.30 Uhr. Weil ich muss noch duschen. Ich baue. Guck. Okay, Metz habe ich eh nichts. Ey, schießen die runter. Das war meine Sache. Mann. Mal gucken, ob du jetzt stirbst. Das wirst du ja nicht sehen. Alter. Ich geb... Hä? Ich hab meine verbraut. Aber es geht nicht mehr durch Häuser. Ich bin tot. Aber nächste Runde machen wir es direkt. Wie lange kann ich kommen? Machen wir es direkt. Wenn wir jetzt sterben. Die Oma hat mir gesagt, du sollst einen Wunsch-Tesel schreiben. Ein Wunsch-Tesel? Weil du jetzt das ein... Letztes Jahr nicht da warst. Und es kommt der Weihnachtsmarkt noch nicht. Sein Wunsch-Tesel schreiben, ein Thema rechtbar. Das war der Oma, wünschst du dir eine Karte, das Spiel und die Maus. Ja. Auch mit so. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Neu-Tesel. 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 Halt mich, Oliver. Bisse. Ich bin ganz verben. Du willst es... In Fortnite? Oh Mann, er will es unbedingt nächste Runde machen. Dann wäre ich bestimmt zwei Level-Ups. Schade. Schade. Lauf. Mal gucken, ob du sie an der Sound gibt. Also, das wird ja... Ja, wir können beide sogar an der Sound sterben. Wir laufen, laufen, laufen. Bis der... Oh, bis die Sound kommt. Mal gucken, ob du sterben. Guck mal, wie nah die ist. Das macht aber... Können wir machen. Wow, ich bin so gut. Ihr habt so Kart und Tag, Muni. Geh dran, bitte. Okay. Er ist in Fortnite sogar drin. Da steht bei ihm Fortnite. Bei mir steht, dass er Fortnite spielt. Ja. Das war's. ich hab ich hab sogar mini wie wärs wenn du stirbst wie wärs wenn du stirbst dann kann es dir gutes heil geben wenn du stirbst dann kann ich dir gutes heil geben wenn du stirbst kann ich dir gutes heil geben in ja die heiligen sich die heiligen sich Hamza muss das bei dir noch, ich muss das glaube ich noch bei dir kopieren. Kopieren, das geht ja immer. Es kann sein, dass es nicht geht, aber es kann auch sein, dass es schon gibt. Also es gibt schon, aber manchmal kommt es halt nicht, manchmal kommt es halt schon. Okay, ich glaube, ich bin jetzt Level 14 einfach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Bock auf Kredit, ich muss leveln, bis der Osterhase kommt. Nikolaus, Nikolaus. Ich setz mal aus, okay? Ich habe den neuen Skill. Hey, mir weißt du, ich levelig bin? Hey! cool ich hab den neuen der bis 15 ausgehen Oha! Hamza, kannst du in die Party reinkommen? Ich kann ihn nicht mehr einladen zur Party! Ich kann ihn nicht mehr an Меня an. Wie soll ich hier sein? Ich kann ihn nicht mehr ankommen. Wenn ich hier da und spiele ihn, dann wird er noch viel zufrieden! Ja? Ja? Okay. Ja? Ich bin hier. Hallo? 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 Trommelwirbel! 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 Warte, 100 Sekunden noch! Ok, mal gucken ob es bei dir kopiert oder nicht. Warte, ich nicht. Ey, Emil hat mich schreit! Sag Emil, er kann mich jetzt! Ah ja, ich hab Emil ja nicht. Warte, was ist Emil mit dabei? Er ist bei mir nicht da, ach da! Warte mal. Oh, Trommelwirbel! Ey, du hast Mischrad eingeladen. Ja, und Emil. Ah, Trommelwirbel! Noch eine Minute! Emil ist nicht mal mehr in der Party. Ja, lass ihn jetzt. Weißt du, wer ich levelig bin? 10. Ich bin level 15. Ja, Mann. Ja, ja, ich weiß, vielleicht hast du so um 13 Uhr so einen gespielt, oder? Nein, später. Ja, Emil hat betragen, ähm... Ja, ja! Oder, warte, Kopie? Fick deine Mitte, der hat Kopie gemacht. Wie lang? Fünfzig... Fünfzig Prozent Grad. Oha, dann darfst du noch nie warten. Ey! Ich guck jetzt... Ich schwöre auf alles, ich guck jetzt! Wuh! Hör mal raus! Hast du das nur... Hast du das aus... Äh, Frankie macht da einfach nur... Einfach umentschieden. Leute, wartet noch! Ey, Emil! Ich guck jetzt YouTube. Bisschen. Nee, Emil! Jetzt kein Buur, weil ich muss jetzt warten bis... Scheiße! Fünfzig und... Fünfzig... Ja, das gibt gar nichts... Das gibt gar nichts... Ey! Erzähl mir, mach dein... Jetzt hat Zarea verloren 2-0! Was für kassiert... Da war Benzeman... Ah, nee! Roms war nicht dabei, glaube ich! Ja, sag der Richtige! Das ist mit dir! Nach mein... Ja, was hat die überhaupt für ein Pace? Was hat die überhaupt für ein Pace? Nee, 9 Nachts, ich war abströmt! Aber was hat er für ein Tempo? 40... Ja, du kommst in 40 an! Ja, guck, was ran jetzt langsam! Ja, guck mal, es hat schon 83 tempo! Guck mal, ey, sag... Ja, ne? Eigentlich ist schon alt! Respekt, aber... Ey, jetzt kannst du mal starten, du f***ing! Wie der 15.000 EP! Das wird gut! Halte klar! Ey, Mann, du suchtest Fortnite mit Leveln! Hallo! Ja, das stimmt! Spaß jetzt aber! Das stimmt! Wirklich! Ich mach nur Quests! Hä, wie? Also suchtest du wirklich jetzt? Nein, ich suchte nicht Fortnite, aber ich mach nur Quests! Das ist eine schlaue Taktik! Oha! Äh, nee, ich wollte noch ein bisschen Level, ne? Ich hab noch... Nein, Leute! Nein, Leute! Nein, Leute! Ich muss eh gleich ausmachen, also, nee! Wie aus? Warum soll ich ausgehen? Ich mach nur Quests! Ich mach nur Quests! Ich mach nur Quests! Ich mach nur Quests! Ey, mir soll ich Lobby kommen, oder nicht? Nein! Warte, Leute! Okay, dann Lobby! Leute, ähm... Ja! Warte, ich gucke jetzt mal! Oh, nein! Oh! Warte! Wie viel Prozent? Ehm, ja! Was? Ich muss nicht ausmachen! Muss ich nicht! Wer hat gesagt? Papa! Muss ich ausmachen? Ich hab erst jetzt! Ähm, Ehm, ja! Ich hab' eine Frage! Kannst du dich bei Captain Connor, äh, einmal ganz töten, einmal nicht ganz töten, einmal nicht ganz töten für eine Quest, dann bin ich level up! Ok, ehrlich. Das war Kettchen. Cheers! Wann habe ich so eine Sausage von Klingemode? Ja, ja, ja. Nenn die Kammer. Also keine Ahnung. Wenn ich 729 bin, kriege ich den besten Scenum von Battle Pass. Was? Welchen? Hör auf mich, die ganze Zeit einzuladen. Nee! Team Bürger? André, kannst du bitte mal sagen, ey, mir soll mal aufhören, das nervt jetzt. Ne, mir willst du mal aufhören? Ja, das kommt grad an, deswegen hatte ich ihn vor, das ist fremd. Das ist ein Schatzbruch. So, jetzt klett die Corner, weil dann muss ich einmal, ich muss... Ja, ihr müsst gleich zur Lobby gehen, ihr müsst gleich zur Lobby gehen. Ja, ich glaub, erstmal, einmal musst du dich nicht komplett töten, sondern nur so töten. Und danach komplett, ok? Weil dann bin ich jeder Level ab, dann hab ich wieder was Schönes dran. Daaa... 90% Leute! Nice! Ja, ich freu mich schon, Schatz. Hast du schon da recht schon den Ballpass gekauft, oder wie? Ich hab den! Jaaa, wahrscheinlich. Hey, wie hast du ihn jetzt so schnell geholt? Hä, ich hab den gekriegt. Ja, wie? Äh, Oliver hat mir den geschenkt. Was? Oliver hat mir den geschenkt. Na ja. Naja. Der hat ja auch den selber gekauft. Deswegen hab ich ja auch den Battle Pass mit am... mit den ganzen... Ok, Emya. Äh, am besten ist du erst machen... Du hast so Glück, du hast so Glück, dass du... Du hast so Glück, dass du... Du hast so Glück, dass du so welche... Halt die Klasse! Halt die Klasse! Also... Ich glaub, es haben wir schwer. Ich glaub, es haben wir schwer. 98%! Geil! Aber erstmal... 99%! 99%! Erstmal... Können wir dann erstmal die Quest machen, haben sie, bevor wir lobby kommen. Ok. Warte um den 10. Ich muss eh erstmal Fortnite starten, also... Ok, Emya, ich baue aus ne Rampe. Keine Sorge, wenn du ganz tot bist, ich dammle nicht deine Sachen auf. Ja! Ja! Ich kann Fortnite starten! So, du kannst mich mal hoch! Einmal muss ich wiederbeleben und danach... Ja, kann ich... Ei! Hä? Was? Hä? Du gehst nicht raus! Du gehst! Ja, ok. Emya, jetzt bin ich still Fortnite drin. Ja, was ist, Mama? Ja, was ist? Ja, hier, geh! Ja, ich kann... Warte ganz kurz! Warte... Ich mach Kartequests ganz kurz, dauert nicht lang! Emya, so... Er schreibt in Mama nicht. Äh, André? Ja? Bist du noch online? Ja. Warte, ne Schwimm... Jetzt ne Schwimm... Aber dauert ne Minute! Ey! Alter, wie... Ich nehm schon den Fortnite drin, weißt du das eigentlich? Ja. So, komm nochmal, Emya! Hey, Kitt! Komm nochmal! Äh, André? André? Ja. Bist du noch allein? Nooo! Nooo! das das ab und zu vertreten ich hoffe man man muss nicht durch die ja 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 achten andere ja 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 so bin da ja aber ich kann nicht raus haben wir eigentlich wieder das zusammen wir haben diesen film nicht einmal gespielt aber hier hallo ja ich könnte dir bei links kommen aber sie sieht das jetzt wie sieht das hier jetzt heute aus meine beste pass an haupt hat zwei geile gemacht ja 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 ich habe jetzt mehr was ist okay also das ist m m ich kann nicht wenn die Brühe naja wenn wir uns die kriegst du doch nicht können wir überhaupt einmal haben nö dann kommen wir ja starten in der Nähe werden ganz gut kicken er kann kommen haben wir Gruppenkeile. Äh, wie Gruppenkeile? Nee, du es haben wir. Äh, bei mir A du es jetzt. Den Skin-Ding als nächstes kriege ich bei der Web 29 mein absoluter Lieblings-Sin von der Season. Äh, ich gucke mal, mach bereit. Jetzt muss ich neue Karte sehen. Ich bin ja zum ersten Mal hier. Es gibt wieder 10. Towers halbwegs. Weiß ich. Äh, ein Zollti. Weiß ich. Wie weit? Ach ja, du hast bestimmt Videos geguckt, oder? Ah ja. Wie findest du den Battle Pass? Noch nicht. Geduld? Spaß. Wann kaufst du denn diesen Battle Pass? Komm drauf an. Ey, wir haben die... Ey, what the heck? Wie machen die das? Ey, die haben das richtig anders gemacht. Guck mal, wie ich aussehe. Hast du schon den PS5? Nö. Hey, der läuft mit dem Level 1 gehen rum, außer ich. Alter, wie sieht das aus? Ey, das sieht gar nicht gut aus. Hm, wir müssen jetzt hier landen. Komm, wir landen. Wo? Komm, wir landen. Oh, warum hier? Da ist ne Quest. Da ist ne Quest. Ne Quest? Ja. Ach je. Du hast jetzt jeden Tag bei mir. Wann empfandest du heute Frau Becker nicht? Ja. Mir geht's so. Spaß. Bei mir war die nicht. Nur bei Biestzahn. Meistens bei Biestzahn. Sollen wir da bei Strand landen? Da landen, wo ich markiert hab, bitte? Was? Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir. Wo landest du? Es gibt schon. Da, wo ich markiert hab. Sollen wir hier bei Strand bitte landen, oder? What the heck, was gibt's hier? Sind wir ne Skier? Ich muss da Holz abbauen. Ja. Ja, wow. Ich allein. Egal. Egal. Ne Quest. Warte. Schon erst mal Waffen? Alter. Alter. Boah. Das wär schon runtergefallen. Es gibt wieder alte Waffen. Zum ersten Mal wieder Fortnite, André. Wo? In Season 4 warst du fast aktiv, fast gar nicht, oder? Ja. Aber jetzt kommt es so weiter. Vielleicht bist du jetzt wieder aktiver. Was? Vielleicht bist du jetzt wieder aktiver. Ja, natürlich. Schon ein Vorteil, dass bei Menschen. Wieso warst du auch nicht in Season 4 so aktiv? Nein! Ich bin dumm. Ich bin behindert. Ich komm. Du kannst nicht. Ich bin behindert. Ich bin falsch an. Ich schau jetzt in Wasser springen stattdessen bin ich bei. Ich hab noch eins. Komm André. Ich hab noch eins. Ich komm jetzt. Ich besuch's halt. Aber wenn ich von jeder Seite abgeschossen werde, kann ich auch nix dafür. Wo bist du? Ach, du bist da hinten. Okay. Bist du gerade falsch angestorben? Ja. Aber... Lass die Kugel für mich. Ich hab nur bis jetzt nur Pistolen, Pistolen gemogen. Lass... Ich kann dir auch ein Sturmgewehr geben. Guck, 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 guck. Okay. Tada. Jetzt hab ich... Ah, Sturmgewehr. Besser als diese Brau. Yo. Vielleicht kannst du dich jetzt besser mit... Wegen diesem Gefühl... Ich glaub ich bin schlechter geworden. Ja, kann sein. Du hast sehr lang nicht mehr gespielt. Aber ich glaub ich bin das alte. Okay, Gegner, Gegner, Gegner. Hier, lass den für mich. Ich will mich auszeichnen. Baut. Wird da oben gehen, schwöre. Nein! Headshots! Du musst direkt... Ja, guck. Ja, was soll ich machen, wenn ich keinen Bock aufspiele? Nein! Der hat mich geholt. Okay, egal. Aber ich hab trotzdem drei Kills. Guck! Was ist das mit Skin? Was ist das mit Skin, den ich habe? Was ist das mit Skin, den ich habe? Nein! Deiner hat einfach taucht. Der hat den Skin, den ich wollte. Das ist mein Lieblings-Kinder. Welcher? Der, der neben dem Gegner. Also der ist gerade halt neben... Nein, der andere, der wegrennt. Der Taktik hat? Ja. Das ist mein Lieblings-Kinder und dieser Ziel. Und den werde ich auch bald besitzen. Mensch, der mit 29 bin. Ah, kriegt man den? Ja. Aber jetzt mach ich ernst, jetzt mach ich ernst. Aber bei mir ist das Problem... Ich war kaum aktiv. Ja. Weißt du, welches Level ich letzte Season war? 200 irgendwas. Ja, das stimmt. Weißt du, welches Level genau? Vielleicht 250? Nee, zu wenig. 280? Ein bisschen viel. Äh... 260? Fast. 259? Nein. Sag einfach. 264. Alter. Mal weiter, oder? Ja. Ey, André, komm, lassen wir jetzt bei Strand landen. Du bugst bei mir grad wieder rum. Warum? Keine Ahnung, ich verstehe dich selbst nicht. Jawohl. Aber ich kann das verstehen bisschen. Komm, bei Strand, komm, bei Strand. Ey. Komm, bei Strand. Wo soll ich mit anderen? Markier? Weil Strand, bei Strand, bei Strand. Bei Strand? Okay. Hier. Also wo dieser, keine Ahnung, wo diese Burg ist. Ja. Und bist du jetzt besser geworden in Fortnite? Ja, besser. Hä, was ist das hier in einem Gebiet? Der ist Obstgarten und das ist das Museum. Komm in der Nähe, komm bitte in der Nähe. Guck mal meinen Hängenleiter an. Ich geh mal hier rein. Guck mal meinen Hängenleiter. Ist da kein Boss vielleicht? Nein, hier gibt's keinen Boss. Hier gibt's eine für eine Quest, aber mehr gibt's hier nicht. Ja, ich kann dich aber wieder einladen, ich muss nicht kicken. Egal, nicht mehr, komm, wir spielen noch eine Runde. Oh, oh, hier landen wir. Hey! Das ist so ein Gegner. Das ist kein Gegner, mit dem kannst du haben. Hallo, lass ihn, lass ihn, der ist nett, der ist... Ja, jetzt greift er dich an, hast du gut gemacht. Hast du ganz cool, hast du cool... Gott, der macht nix, wenn du ihn in Ruhe lassen würdest. Ey, was ist das für ein Mensch? Ich greif den auch an, wenn's auch irgendwann tot. Ey, wie viel Leben hat der? Ah, guck, der macht gar nix. Halt die Klocke. Nee. Ich geh jetzt hier rein. Ich muss mir HP holen. Ah, der ist eh. Ah, der ist eh. Oh, oh. Ehrenlos. Ja, ich hab den die Ehre genommen mit Harpune. Boah. Mit deiner Harpune. Ich hab den wirklich mit Harpune aufgespießt. Oh, oh. Ja, ne Kiste, Hoffnung. Alles, ne Hoffnung. Wow, keine Hoffnung, das ist ja doch selten. Weißt du, meine Lieblingspump kannst du wieder, geh zurück. Ich hab heute, ich hatte in der Schule einen Wunsch. Weißt du, welchen Wunsch? Warte mal, wo ich bin. Was ist da hinten? Weißt du, welchen Wunsch ich hatte? Dein Gesicht. Mein Wunsch war für diese Season einmal die aufwirkbare Schrotflinze, die Tag und die normale. Und denkst du, dieser Wunsch wurde erfüllt? Der wurde erfüllt, weil es gäb ja oft waren Schrotzflinze, die Tactical und die normale Panzer, die gibt es. Oh, warst du jetzt? Das ist mein Wunsch gewesen. Und sie gibt es. Langsam nervt das mich. Ich brauch unbedingt Teilung, hast du ihn? Ah. Bray, ich hab mich und kann sie nicht benutzen. No, egal. Egal. Ich hab ein bisschen Heil. Ich hab ja Ben doof. War, ey, André. Ja. Irgendwie musst du ein bisschen auch mitwarten. Ich hab ihn angerissen, weil ich dachte, ich wusste nicht, dass er nett ist. Ich hab ja gesagt, dir. Ja, weißt du, aber da hat er auf mich geschossen, der musste schießen, oder soll ich ihn einfach mich erschießen lassen? Ja, der hat dann auf dich geschossen, weil du ihn angeschossen hast. Ich geh jetzt gegen Neujahr. Ja, Oliver, was willst du? Wird ich den ersten Kill hier machen überhaupt? Das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ja, bist du? Ja, 100 Prozent, Schatz. Also, wenn man am Anfang keinen Kill macht hat, hab ich keine Ahnung. Sollen wir Lobby kommen, haben wir da? Nein, nein. Ich will ein bisschen hier noch so. Er wollte nicht Lobby kommen. Ich will hier jetzt mal warten. Ja, nachdem du gestorben bist. Hier, hier, hier ist ein Gegner, hier. Aber er guckt sich gerade die neue Map an. Ja, drei Schritte. Lass ihn killen, lass ihn killen. 28 Schritte. Der ist irgendwo da oben. Herr, warum hast du verlassen? Ja, der will halt nicht warten. Wenn die Rollen vorbei ist, lass ihn wieder ein. Fuck, ist das voll? Egal nicht mehr, ich chill ihn jetzt. Ey, jetzt leckst du bei mir wieder rum, haben sie. Wow. Ja, Mann, lass ihn wieder rum. Fuck, das sind zwei. Andere, kann ich mal bitte helfen? What the? Ja. Bei mir leckst du ein bisschen. Ja, oh mein Gott, ich hab die ersten zwei Kills. Ich hab den ersten zwei Kills. Oh. Das war echt schon. Ey. Das ist der, eigentlich ist ein guter Beginn von Anfang an. Ja, ist kein Schwerster. Ja, Andere. Halt die Schnauze, liebe. Oh mein Gott, du bist echt tot. Auf Halsschaden. Soll ich dir Heilung vielleicht Chak-Chak geben? Hast du auch kein Chak-Chak? Ja, Chak-Chak-Chak. Wo? Soll ich dir vielleicht geben? Die Minis habe ich. Ich hab Minis. Komm mit mir, komm neben 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 mir. Komm neben mir. Warte, hat der Heilung da? Ja, der hat der Heilung. Schlimm bisschen. Ey. Gegner, halt die Knappe. Du hast so einen Fehler gemacht. Du bist so dumm. Komm, 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 komm. Tschüss. Andere. Andere. Wui. Ne, ich mache, ich mache. Selbst überhaupt nicht. Tschüss. Getroffen, getroffen, getroffen und tot. Ich hab, ich hab, ich hab, hast du den, hast du den? Ja, ey, mir, bitte hast du das. Nein, jetzt nimmst du das. Und tot. Okay, Oliver, wir sind tot. Ja, wow. Der ist gegen meinen Po gekriegt. Sollen wir jetzt weggehen? Sollen wir in der Lobby? Ja, jetzt kommst du wieder, Oliver. Ja, jetzt kommen wir. Ey, ich bin so knapp vor Level 16. Jawohl. Hä, was? Wir haben wir. Ich muss jetzt auf, Andere. Okay, ciao. Spaß, Trima. Oha, du musst halt das nicht auf. Komm jetzt. Mach meinen Skin an. Yeah, ey, mir hat die Kinebing. Ey, mir hat die Kinebing. Ey, mir hat die Kinebing. Du hast ja auch den Skin und bei mir grad noch gar nicht. Ja, das geht ja schnell. Ey, Emia. Wenn man weiß, wie man levelt, ich weiß, wie man levelt. Bist du jetzt vor Bankschutz, Fortnite, Emia? Hey, du Fall. Weißt du, Oliver, wie du levelst? Quests machen. Das war's. Nein. Quests machen, Quests machen und noch mehr Quests machen. Dann bist du levelt. Ich könnte ein Schott erschienen. Wenn ich nicht einen Quiz gemacht hätte, welchen du levelst? Ein iPhone. Gib ihm. Mach kaputt. Lass ihn kaputt machen. Ja, dann mach den Fernsehen. Nee. Er ist ein Relle. Ihr mit eurem Kreativ. Emia. Magst du auch nie, Emia? Was? Nee. Oh, ja. Naja, vielleicht nicht mehr oder so, oder dann ist er nix neu. Äh, ich mag ihn. Ja. Ja, was? Bäh. Nee, das ist ein Geschmack. Stemmy wirkt. Du musst ihn immer schlagen, du musst ihn immer schlagen, so richtig gelösen. Da, du kennst doch viel. Wer hat Lust auf Blasen, Paco oder Stemmy? Fühltisch war, äh, fühltisch war ein Schuss. Jungs, Demi, Jewein rasieren. Ja, weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mit meinem Back, äh, Hengblätter, das Jahrhunde. Oh, kacke. Und dann kann ich dich raustragen aus dem Fenster. Und schon ein bisschen Blut zwisch. Okay, ich war noch so wenig, äh, äh. Ey, hier sind viele Gegner hier. Was los? Ich muss dringend los. Ey, Mia, ich glaube schon ein bisschen, ich glaube schon ein bisschen schlecht, so ein bisschen. Guck, guck die Suche. Guck, 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 guck. Guck, guck du hier so. Guck du. Ja, Pesch. Ich hab ne Banane. Mia, warfisch. Hast du, bist du tot? Ja, Oli, Oliver stirbt immer als Ersten. Ja, okay, wir kommen jetzt. Ich muss den, kommt einer bitte zu ihm, ich muss hier das noch nicht machen. Nee, schau auch ne Waffe, Mia, komm mit, komm mit. Schau, Mia, komm mit. So, jetzt kann ich auch, Herr, Oliver retten. Halt die Klappe, ich wurde angegriffen. Nein. Immer leise. Kann ich Oliver retten? Ich hab gar... Ja, ich hab eine Waffe. Drei Munition, aber. Hast du? Nein. Okay, Mia, Entschuldigung von eben, okay? Nein. Ich hab keine HP, ich hab keine HP, ich hab keine... Ja, ich heil ihn. Ich hab aber keine Waffe für ihn. Bist du tot, oder wie? Allah, der kam, der kam, der kam, die kam mit, diese Schweine, die kam mit zwei an. Nein, du kannst da hinten im Haus rufen, bitte. Ja, ja, töt' den Strich. Oh. Nein. Nein, dieser Einer Gegner. Dieser Einer Gegner. Ey, sagt man, das nennt man... Ich glaub, das nennt man Unglück, Leute. Hallo, ich hab alle gewohlt, außer denen. Ja, 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 Karma, Karma, Karma. Hm. Ich bin level up, ja. Ja. Warte, ich bin kurz weg. Ey, Elmir. Es geht. Äh, ist ja, wo mein Vater mit dir geredet hat. Was hat jetzt nicht mit dir? Ich muss ausmachen. Oh. Ja, okay, dann tschüss. Ich muss ausmachen.